HIV steht für Human Immunodeficiency Virus, auf Deutsch Menschliches Immunschwäche-Virus. Diese Viren sind kleine Krankheitserreger, die bestimmte Zellen im Körper befallen, sich in ihnen vermehren und unser Immunsystem schwächen. Unser Immunsystem brauchen wir zur Abwehr von Krankheiten. AIDS steht für Acquired Immunodeficiency Syndrome, auf Deutsch Erworbenes Immunschwäche-Syndrom. Syndrom bedeutet, dass mehrere Symptome oder Erkrankungen gleichzeitig auftreten. Bei AIDS hat man schwere, zum Teil lebensbedrohliche Erkrankungen, zum Beispiel eine besonders schwere Form der Lungenentzündung oder bestimmte Tumore. Und zu AIDS kommt es, wenn eine HIV-Infektion nicht mit Medikamenten behandelt wird. Mit HIV-Medikamenten kann man AIDS verhindern oder wieder rückgängig machen. Es gibt also einen Unterschied zwischen HIV und AIDS. HIV ist der Erreger einer Infektion, die ohne Behandlung zu schweren Krankheitssymptomen oder Erkrankungen führt, die man dann als AIDS bezeichnet. Heute gibt es viele sehr wirksame und gut verträgliche Medikamente gegen HIV. Sie unterdrücken die Vermehrung von HIV im Körper und verhindern AIDS. Aus dem Körper entfernen können die Medikamente HIV aber nicht. Sie müssen deshalb lebenslang eingenommen werden, denn sonst vermehrt HIV sich wieder. Wenn man eine HIV-Infektion früh mit einem HIV-Test feststellt, bald mit einer medikamentösen Behandlung beginnt und die HIV-Medikamente regelmäßig einnimmt, hat man gute Chancen auf ein langes und relativ beschwerdefreies Leben. Außerdem kann HIV dann selbst beim Sex ohne Kondom nicht übertragen werden. Und Menschen mit HIV können ohne Angst vor einer HIV-Übertragung Eltern werden und gesunde Kinder bekommen. HIV ist also heute eine gut behandelbare chronische Krankheit, mit der viele relativ beschwerdefrei leben. Schwerer wiegen heute für viele Menschen mit HIV die sozialen Folgen, Ausgrenzung, Diskriminierung und die Angst davor. Zusammengefasst. HIV ist ein Virus, welches das Immunsystem schwächt. Wenn Menschen mit HIV keine Medikamente nehmen, können sie AIDS bekommen. AIDS ist lebensgefährlich. HIV-Medikamente verhindern AIDS und bieten die Chance auf eine normale Lebenserwartung bei guter Lebensqualität.